Aaaaaaah! Wallace, ein Name, der für exzellente Hochspannung steht. Also, wo sind die Diamanten versteckt? Wo sind sie versteckt? Ich weiß es nicht. Er hat es dir gesagt. Er muss es dir gesagt haben. Nein. Ich will sie schleifen. Nur ich kann sie schleifen. Ich habe das Gefühl, wir werden heute noch mehr Überraschungen erleben. Die Krimi-Klassiker der berühmten CCC-Filmstudios waren in den 60er Jahren Straßenfeger. Nun erscheinen sie endlich auf die VD. Das zweite Stück des Unbekannten. Der Ihnen unbekannte Unbekannte ist mir ein durchaus bekannter Unbekannter. Der Knopf samt Bindfaden gehört an der Jackett von Gisele Peranova. Schotlandier hat auf der Jagd nach den finstersten Verbrechern Londons. Wer plaudert, stirbt leicht. Mit Hans-Jörg Felmy. Können Sie Ihre Ziege nicht woanders spazieren führen? Wenn man mich erschreckt, falle ich immer aus der Rolle. Karin Dohr. Aha. Halten Sie 130 Zeilen frei. Schlagzeile der Bürger von Schloss Deckenburg. Chris Howland. Niemand kennt sein Gesicht. Dieter Eppler. Er schleicht herum wie ein Schatten. Senta Berger und viele mehr. Also in einem haben Sie recht. Auch ich mache mir Sorgen um Ihre zukünftige Fragen. Die Brian Edgar Wallace Collection 1-3 umfasst die neun hochspannenden Verfilmungen des erfolgreichen Krimi-Autors. Im Originalbildformat aufwendig digital restauriert. In perfekter Bild- und Tonqualität. Ja! Ja! Ah! Je drei Filme im edlen Sammelschuber. Mit exklusiv produzierten Making-ofs. Ende.